Servus und herzlich willkommen nach fünf sechs stunden arbeit und ein bagger weniger und was weiß ich nicht alles was der kleinen gefressen hat machen wir jetzt unseren clean out die fette wanne ist der große und die kleine wanne ist der kleine so kann man sagen ich nehme den waschtisch und er nimmt dann den hier weil der ganze links geht nicht mehr wahrscheinlich der becher kann man nicht mehr einsetzen na gut hier voll das ding dann sehen wir ja welcher clean out besser wird der hier oder der hier wenn wir auch schon mal hier anfangen oder also muss wieder mal okay ich fühle deinen dreck schon mal ein es dauert jetzt weil wir nur zwei haben drei wären besser oder gleich vier das beste wäre er kommt dann auf und auf und auf den kleinen boom alles fliegt davon alles ist weg die chance besteht die chance besteht ja du kaufst den claim für 250 stunden da muss doch was rumkommen 250 stunden ich habe ihn komplett gekauft und gott ist jetzt wieder schief der gehört mir 1000 1000 so da muss ich 1000 aber du musst mindestens 250 stunden investieren damit du es wieder herinnen musst minimum ja die fahrzeuge die du doch alle kaufen musst die wieder alle weg sind ein pick up truck ein buggy ein bagger eine waschrinne ist im arsch und jetzt hier der gold tischt funktioniert auch nicht mehr dafür ist jetzt ein npc genau dafür habe ich jetzt ein npc das hat ein bagger perfekt ja ich kann nicht mehr connect ja muss ich jetzt alleine waschen ja ist vielleicht auch besser ja real life du sagst das dauert jetzt ewig mit einem tisch zwei tischen aber der becher muss eben wohl liegen ja ich glaube dass das verpackt ist wie mit der rinne weißt du schon dass das drin war ja aber die matten waren ja trotzdem sichtbar ne die hatten wir auch nicht gesehen die eine matte unten rechts erst beim neustart dann das giltig das gilt ganz wahrscheinlich das giltig das giltig das giltig das giltig Waschen, waschen, waschen. Die Schmelztiegel sind auch nicht in der Schmelze drinnen. Sie stehen drinnen, aber sie sind auch nicht arretiert. Schön. Du hast die Schaufel in der Hand. Okay. Oh, 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 oh. Ein Heckmeck, ein Heckmeck, hin und her geht's da. Von nichts kommt nichts. Von nichts kommt nichts, das ist wahr. Ihr könnt ja auch einfach die Schaufel automatisch wegstellen, oder? Na, da muss er dann nicht. Nein, der liegt auch wohl noch in der Hand. Zeig dir das dann fünfmal, ja. Ja, ich bin ja echt gespannt jetzt, heute. Was das gebracht hat. Dieser, wie lange haben wir jetzt gebraucht, bis wir überhaupt, sind vier Stunden vergangen. Ich gebe dir das mal. Vier Stunden, bis überhaupt mal was funktioniert hat. Und in den vier Stunden habe ich einen Bagger, einen Buggy und einen Pickup-Frag verloren. Und eine verflötete Waschanlage. Wieso, Pickup steht da draußen, oder? Ja, schon, oder? Wo? Ich sehe keinen. Der ist weg. Ja, den kannst du, glaube ich, zurücksetzen, den habe ich vorher schon gesehen. Ja, ja, der war aber trotzdem nicht klarer. Den habe ich, glaube ich, schon zum vierten. Mal gekauft, den Pickup-Frag. Jetzt habe ich schon mal einen vierten oder fünften. Oh Gott. Ja, nur über ein Jahr ungefähr ist das Spiel richtig gut. Ja, zehn Jahre. Und dann. Aber der LKW ist da. Fahr ich in Zukunft alles mit einem LKW. Und der ist auch noch da. Schau mal, schau mal aufs Tablet. Oh, warte mal. Nicht, dass der auch noch verschwindet. Wie war das Zeug raus? Geht meine dritte Waschnerlage nicht. Mann. Aufs Tablet. Pickup-2, ja. Könnte ich resetten, gut. Vielleicht nicht im Haus. Nee, nee, lieber nicht. Nee, nee, lieber nicht. Nee, nee, lieber nicht. 50 Prozent. Oh, aber das ist irgendwie anders als das letzte Mal. Obwohl da habe ich auf zwei Tischen, deswegen. Auf zwei Tische werde ich da doch vorher ausleeren müssen, bevor ich... ...warte viel Zeit. ...warte viel Zeit. ...warte viel Zeit. das dauert dauert mir alles zu lange oh da ist gleich Ende da noch lange nicht aber da hinten wird es bald voll sein ding 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 63 58 da geht aber hier ganz schön was rein bei einem nicht gedacht wird ja lachen dein clean out weißt schon 150 Unzen und meiner dann so 10 obwohl es dasselbe Loch passt 150 never ever wenn du den kleinen waschenmagen jetzt 150 Unzen rauskommst steige ich sofort in mein spiel ein und grob genau an der selben stelle wasserbeer hast du ein gps markiert oder mit der blechrimme genau oh da geht es schon zur neige noch eine schaufel oder zwei hier haben wir noch dicke 68 66 ich bin jetzt schon gespannt ehrlich gesagt für wichtig ich glaube dass das nicht für geht und leer letzte schaufel für die linke für den linken goldtisch kann man nämlich dann schon schmolzen hoppala boah stößt mich auf bin ich gespannt hier letzte schaufel oder da ist nichts mehr drin nichts mehr drin der ist dann fertig 71% 74% irgendwie ist die schneller als die 65% oder holen das ist das ist der ich kann die auch dann gleich mit dem da in die die schauke wieder mal Aber das hat er realistisch gemacht, du weißt, dass du quer durch die Tür nicht durchkommst, alles andere nicht. Der eine Becher der Sunderbrunner Maschine zeigt sich an. Ich muss aufpassen, dass ich nicht drüber bin, du weißt. Ist echt schlecht. Lass es mal, ich stimm mal nicht mehr nachfüllen. 79 82 Geh, wenn du das musst, ich muss zum Brunzen hörst. Ich kann nicht mehr. Vorsicht, gutes Material. Ha! Soll ich ja noch vorbei. Und über Wurm zu schmeizen. 89 Muss echt aufpassen. Muss echt auf Toilette. Kleiner was trinken, damit man noch weniger auf Toilette muss. Da war wenigstens der eine Druck weg. Gut, dass ich den Ventilator an habe. Okay, die ist fertig, oder? Ne, noch 0,1. Ne, noch 0,1. Klockstor war ein zweiter Tegel dazu. Was geht es denn nicht aus in einen? Äh, jetzt warte mal. 94 Ich muss aufpassen, dass ich mich überpace. Na, glaube ich nicht bei 25%. Nein, jetzt lässt sie sich nicht mehr. Du Arschloch. Das kann doch nicht wahr. Das gibt es doch nicht. Ach komm. Wieso, wieso lässt sich die jetzt nicht mehr befruchten hier? Jawohl. 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 Jetzt weißt du, ach komm. Leck mich doch am Arsch. Er wollte ich schweigen. Gibt die Waschmaschine nicht mehr. Das ist doch lehrerlich. Ich weiß nicht, ob sie das ausgeht, dass sie sich dann einen Waschtisch kaufen kann. Das kann doch nicht wahr sein. So verpackt alles. Ich muss jetzt noch mal was drin. Ich muss jetzt noch mal was drin da, damit wir genau wissen, was du dann hast. Ich muss genau wissen, was du dann hast. Oh, ich muss so was auf die Toilette, ich kann's nicht. Ach, ich heul gleich alles raus. Das ist ein scheiß Hebel, der geht mir auch so auf den Sack. Okay, wie haben wir da hinten? Oh, da tue ich nix mehr nachschütten. Oh, da tue ich nix mehr nachschütten. Das sonst vergolde ich. Oh, da tue ich nix mehr nachschütten. Habe ich Angst, es da rauszunehmen. Ohne Schwann. ich wusste es erst was das ist nur jetzt kann nicht sein nur bei youtube pause machen so bin wieder daher wir haben die zwei maschinen zum laufen gebracht der mechaniker war gerade da der big wie heißt der mechaniker der alu ist fingerl okay das bin ich schon wieder gut drauf muss ich sagen was denn ich hab's doch gült so etwas schaufeln hat diese scheiße die stelle elektrik steppe die gestellte was braucht man das voller gimmick ja weil jetzt war es dann auch die rückenschmerz ja genau damit ich muss mich ja mit der schaufel auch zu bücken das ist halt zwei tische laufen gott sei dank und das funktioniert ich glaube das wird ein guter clean auch weiß ich zum fluss alles noch zum besten gewendet hat ja glaubt glaube in dem becher ist ja noch was drin gehen und der ist voll der hat 100 prozenten der war leer der eine da ja ich stelle ihn mal gleich mal und dann fliegt er durch den boden durch und du kriegst ihn nie wieder so wie die banne genau wie ist auch mal eine waage die ist runter gefallen durch den boden durch und war einfach weg ja die kostet ja nicht 45 dollar oder ja aber du musst halt immer wieder hinfahren und weißt du ja aber im gegensatz zu dem bagger der auf einmal weg war der bagger ja der bagger tut schon weh der wird bestimmt warte mal schau mal das sind die ganzen fahrzeuge hier irgendwas steht da hinten da steht noch ein buggy auf dem claim sind nur zwei fahrzeuge wer ist denn er der rote ach so das ist ein mpc das konzern bei meiner war perfekt zwei beim ding das glaube ich jetzt nicht also sondern 1 2 3 4 5 6 7 fahrzeuge irgendwo hier muss irgendwo ein fahrzeug stehen da in der ecke wir mal suchen dann später mal das neue spiel finde das fahrzeug aber beim schrotthändler ja oder warst du schon mal da steht sicher eins weil da habe ich einen stehen lassen der ist auch verschwunden auf einmal dann wahrscheinlich jetzt da wieder auftaucht hundert prozent das ist dein clean out dein geschaufeltes such den bagger ja genau das neue spiel such den bagger wo ist er was ist an dem bild falsch das ist ein mod da hast du jetzt nicht gold hunter sondern bagger hunter genau das neue also mini game im game der erste der erste 0,2 unten jetzt pass auf machen wir den schnell voll hier jetzt geht es weinen nein sag doch nicht sowas so das ist da das ist der rest von meinen noch ja genau das sind alle hundert prozent das ist einmal hundert müssen wir rein ja da warte ich jetzt noch bis das hier mich erledigt hat so jetzt der dächer oh mach mich glücklich nein dann den hier auch nicht vielleicht muss ich nachher die becher einfach nur austauschen und dann ach was weiß ich okay wage ist an oder wage ist an also schön ausschauen tut er ja ist richtig so 21 möglich ja 21,75 das ist nicht schlecht das ist nicht schlecht das ist ja noch nicht alles ich glaube ich muss jetzt auch dem loch kratten wo lege ich ihn denn jetzt hin dass er nicht verschwindet in einen kübel ich habe keinen dann in den safe leider geht er nicht ich lege ihn hier rein geht das? warum geht er nicht? warte auf warum geht dein safe nicht? nein ist er immer sicher gewesen sage ich jetzt mal so weil ich da nichts reinlegen kann irgendwie der geht zwar auch und ich weiß nicht warte mal das war das ist dein nächster gell nicht dass ich dann aber der war noch zur hälfte oder so oder nicht einmal ja ja egal der hat mehr das wäre eh gut wenn er wenigstens 10 hätte der wird mehr haben das ist der mehrwert der 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 mehrwert das war der dann mit der schaufel das war der dann mit der schaufel weißt du echt der andere war gebaggert und der war mit schaufel schauen wir mal ok rommel solo hier komm ach komm was hast du denn gehabt 26 Unzen insgesamt ja ist aber ok eigentlich für die oberste schiefste ja ups ganz ok naja 26 finde ich jetzt gar nicht so schlecht weil das alles so schief gelaufen ist oh von nachlässern war lauter das mach halt echt oh jetzt geht schon mit der neige hier einer noch zwei schaufeln noch oder eine 26 Unzen muss werden das sein 40 passen ok meiner ist auch fertig der erste gerierst du ein bisschen warten weil da muss man immer so nachwarten sonst geht es wieder nicht am besten reingucken ok passt passt sitzt und hat Luft achso erstes Ding wieder mein Gott wie der scheiß Hebel ich könnte kotzen mit dem Hebel der geht mir so auf und sackt in sein dämlicher Hebel irgendwie ist der bei Hebel hängen blieben der Entwickler 64 auf 100 ja sehr gut jetzt bin ich gespannt was der hat 100 Unzen hätte die Miese fast wieder herin ja fast das war ein Test mit dem 64 doch hier so den hier wie man sagt mit dem 74 warte schnell kurz schnell nicht was da wieder leer läuft ok zwei Schaufel waren es noch ok ok weißt du lang muss ich gucken ich werde jetzt so enttäuscht sein ich bin mir so sicher also sagts mal wie viel mehr drin sein was vermutet ihr den ersten hm elf 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 was sagt der Johann was sagt Chad ich sag er sagt er sagt 23 ich sag 28 0,8 alter mein Gold ist weg 32 es liegt unter der Waage 32 es liegt unter der Waage 32 5 hm nein es liegt in der Waage ja in der Waage das kann doch nicht wahr sein wie kriege ich das wieder raus ich nehme die Waage weg ich nehme die Waage weg ich nehme die Waage weg ah ok es ist in der Waage ich schmelze die Waage ein ich schmelze die Waage ein ich schmelze die Waage ein genau mein Gott jetzt habe ich 32 unten und komme nicht ran das ist doch ein Witz oder ach das ist doch ein Scherz wollte ich mich verarschen das kann doch nicht sein das steckt genau drin aber wie ist das ein Witz oder was ist das eine Witz oder ja das ist eine teure Waage 32 und ich habe doch gesagt mein Loch ist besser aber was nützt es du hast gesagt dein Loch ist besser ok das könnte man auch von verstehen ja auch die scheiß größere Haufen weil wir kriegen jetzt das da raus Ja, knie dich hin. Oh! Ne! Knie dich hin! Ich doch schon! Ja! Ja! So ein Dreck! Ehrlich! Wenn du die Waage zum Hinterbringst! Könnte ich probieren, gell? Ja! Die scheiß Waage! Ja, ich knie! Ich weiß nicht! So ein Witz dran! Ja, Zeit für den Reconnect! Oh, da fließt Gold! Warum? Da gestanden! Ich verliere Gold! Ich glaub ich hab gestanden oder nicht? Ne! Ne? Dann war es was anderes! Natürlich hab ich Gold verloren in der Waage! Das ist richtig! Das kannst du keinem erzählen, ehrlich! Ja stimmt, die wiegt mehr, ja! Das sind 60.000! Das ist da nur Dirt drin, oder? Sieht das nur so aus, in der Wanne? Ne, da ist nichts mehr drin! Ne, ne, das sieht nur so aus, halt! Jetzt pass auf, erstmal den hier! Ach komm! 32 Unzen und 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 und! So, jetzt werde ich den Becher rausnehmen! Wer würde wieder nicht reingehen! So! Der ist leer! Schauen wir mal, ob ich jetzt hier reingehe! Nein! Bin mal kurz weg! Jupp! Vielleicht geht der hier wieder rein! Ach Gott! Es ist doch so ein... Wahrscheinlich wenn ich wieder neu starte dann... So ein Much, ehrlich ist es! So, da ist noch was drin! Machen wir da hier rein! Das bringe ich dann gleich zum Händler! Ich lasse jetzt, wiegt das erst gar nicht an! Das ist aber durchgefallen jetzt, oder? Die nächste wiege ich gar nicht! Ich nehme die Waage echt mit zum Händler! Ich mach das! Eih, dieser Hebel! Ehrlich, das ist es! Schlechte, kann man mal sehen! Naja, klar! Gut, dass alles so gut funktioniert! Komplett packfrei! Geht jetzt der da! Natürlich nicht! Wieso auch? Die teuerste Waage im Game, ja! Das ist ja... Gibt es, ich glaube, zwölf Becher oder sechs Becher? Nein! Nein, es steht nicht! Blödsinn, Becher gibt es nicht! Tiegel und... Gussformen! Nein! Jetzt spinnt jetzt der... Jetzt geht doch der Ofen nicht mehr! Das nächste kaputte Zeile! Gibt es doch nicht! Jetzt geht gar nichts mehr! Am besten, du verkaufst das! Nee! Das ist so ein Witz, Alter! Das ist echt! Das ist so lächerlich, dass jetzt gar nichts ist! Das wird irgendwie nicht besser in dem Game! Ah! Du musst nur den richtigen Tiegel nehmen! Ich hasse diesen Hebel! Ich hasse diesen Hebel! So, wo ist er hier? Die machen wir mal fix nochmal fest! Gibt es nicht? Ist der linke leer? Nein! Jetzt muss ich gescheit drin wahrscheinlich, oder? Keine Ahnung! Da ist er! Nein! Meine Güte! Hier! Das gibt es doch nicht! Jetzt geht gar nichts! Nein! Pass auf! Pass auf! Weißt du? Du bist voll krass hier! Gib dich 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 dich! Ich krieg die Krise! Bin gespannt! Jetzt pass auf! Wenn der weg ist! Ich kriege einfach! Bevor ich... Tja! Du bist doch Fun! Scheiße! Wenn jetzt alles weg ist, dann ist halt alles weg! Auf alle Fälle bin ich vor dir! Mit den Unzen! Das ist schon mal so! Also ich sehe kein bisschen Gold von dir! Was?! Die teure Waage! Ja, ich sehe nur die Zahl, aber kein Gold! Es ist in die Waage reingefallen! Ich habe sie zu hoch fallen lassen! Die Waage ist schwer! Abtreten im Batterien! Jetzt nicht rein! Das sind die Gold-Batterien! Gold ist einer der besten Leiter! Ja! Mir leitert es auch, dass ich es nicht... Ich muss eine richtige Zigarette haben! Das macht mich nicht! So! Fenster auf! Fenster auf! Ich muss wieder voll die Überlänge machen bei meinem Video! Weil ich nicht zurande kommen helfe! So! Mein Bitte geh dann da rein, dass ich wenigstens nicht mehr schwelzen kann! Oh! 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 Es geht wieder! Es geht wieder! Es geht wieder! Ach, der Hebe! Ach, der Hebe! Oh! Ich sehe ihn! Ich will kein Gold hinten liegen! Bitte lass es unter, damit die Waage hoch geht, bis das Gold wieder da ist! 35 Unseren! Weiter, meine Maus ist zu empfindlich! Wenn ich einen Millimeter verrutsche, wie... Goldes Aim habe ich hier! Schau mal! Wie gut! Oh! 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 Was? Du siehst kein Gold! Was ist denn das? Ich sehe es im Stream nun nicht, das ist da ein bisschen! Ach so, ja, stimmt! Ah ja, ja! Alles gut, alles gut! Schmeiß noch mehr raus! Werden es die... nein! Jetzt kommt dann der 100 Unzen Bahn! Und packt wieder drin! Ich schmeiß noch mal! Ich schmeiß aber drauf da nicht! Weil bei Neustart geht ja immer alles! Jetzt kann ich die Dinger auch wieder füllen, oder? Bin ja gespannt! Ja, du konntest halt nur nie wieder rausnehmen, ne? Ja, ja, wahrscheinlich! Ah, geht! Du musst einfach wieder Neustart machen! Ja, effiziente Spielweise! Ja, dann kommst du weiter! Drin! Komm schon! Kauf keinen rein, Waschtisch! Sag es dir gleich, wie es ist! Aber ein Becher fehlt trotzdem! Hier sind nämlich nur drei! Der liegt unter dem Haus! Wahrscheinlich, ja! Ist Haus drauf verpackt! Wie sind der jetzt drin? Zwei! Drin! Jawoll! Jetzt fehlt sogar noch einer! Jetzt habe ich nur... Schon wieder ein Becher weg! Ich glaube, du hast einen in einen weißen Kübel geschmissen vorher! Ja! Warte aber! Aber hier nimmt das nicht! Mach dich hinter! Einer liegt ja da! Wo? Ja, hinter der... Hinterm Waschtisch, wo du gerade stehst! Im Waschtisch? Da, wo du gerade warst! Oh, da liegt er! Da sind ja alle drei drin jetzt! Ja! Hast du jetzt wieder alle, oder was? Wie, wie, wie... Ich hab... Ja, okay! Passt! Ich frag gar nicht nach! So! Das ist jetzt alles noch meins hier, gell! Weißt schon! Und ich hab dich schon überboten! Selbst die 26 Unzen von der, äh... Also, die, die, was ich geerntet hab, sag ich jetzt einmal so... Kennen trotzdem auch dir! Also, es ist alles deins! Ja, wir haben ja... Wir haben ja einen Wettbewerb gemacht! Bagger gegen Schaufel! Großer Bagger gegen kleinen Bagger! Aber die Stelle scheinbar war gar nicht so schlecht! Ja! Warten wir mal ab, was noch kommt! Jetzt wäre wahrscheinlich hier ein Unzen, zwei Unzen und da 0,5! Ja, genau! Das wär's, ja! Oh, ein Drama, hä! Ich mach mal Pause bei YouTube, so wird das ein todeslanges Video! Ich geb hier rein, hier! So, jetzt sind wir wieder hier bei 100%, hä! Alle, alle, alle erwarten! Na ja, wenn du denkst, der Bitcoin hat, glaub ich, im Sommer voriges Jahr, höchst schon, glaub ich, gehabt, mit 61, 64.000. Jetzt ist er, glaub ich, bei 29.000, ne? Ja, Wahnsinn! So, jetzt bin ich gespannt! Jetzt bin ich gespannt! Der wird weniger! Wetten? Bin ich mir fast sicher! Ist immer so! Der eine kommt... 27.700 ist er gut! So, also war gefrisst ihn nicht! 0,9! Wie kann das sein, im selben Loch? Also ist es doch ein Schwachsinn, ehrlich! Ja, aus dem selben Dirt eigentlich! Ja, aus dem selben Dirt eigentlich! Ja, so ein Blödsinn! Euter! 0,9! Nicht mal eine Unze! War das ein ganzer, oder war das der Rest? Auf alle Fälle ist mein Gold weg! Ich sag's dir ehrlich! Das könnte ja wohl nicht wahr sein! Das gibt's doch nicht! Fahre mal ein Stück vor! Ja! Das liegt sicher da! Ich glaube auch! Auf der Verande habe ich auch schon Gold verloren! Okay! Krieg die Krise! Ah, da liegt's! Oh Gott sei Dank! Aber ich muss es da reinlegen! Schmeiß in einen Tegel rein und schmelz es zusammen! Ja, das wäre es! Wenn es gäbe! Wo wäre es? Ja, es gäbe! Ja, es gäbe! Warum sie es nicht drehen, ja! Momentan ist aber ziemlich verpackt! Ja, nein! Vieles andere! Wo ist jetzt der zweite? Ich seh ihn nicht mehr! Warte mal! Eins, zwei! Ich mach die Lampe an, dann seh ich einfach mehr! Wo ist die Lampe? Da liegt er! Ich seh ihn! Wo? Ich geh nach vorne! Stopp! Rechts! Ja! Du warst schon drauf! Ja! Er ist jetzt genau... Warte mal kurz! Das ist ein wenig ein Stream! Ziemlich viel! Da hast du ihn schon! Ich hab ihn schon! Lass mal nur die zwei drin liegen! Das funktioniert nicht! Ich wollte das nur mal erwähnen! Ja! 100, 100! Okay! Jetzt bin ich gespannt! Der wird wahrscheinlich 0,1 haben! Wenn der andere 0,9 hatte! Das ist echt lächerlich! Aus dem selben Dreck! Der wird jetzt wieder in der Waage verpacken! Ja! Der hat sicher mehr! Umso schwerer, umso tiefer in die Waage! 1,35! Das ist so lächerlich! Das kann doch vorne und hinten nicht hinhauen! Wo ist denn da die Relation zueinander? Es ist kein Gold vorhanden! Das ist ein Witz! Das ist echt ein Witz! Ja! Aber das ist genau das, was ich davor schon mal gesagt habe! Und da habe ich den Chef nämlich im Stream schon auch geschrieben! Und seine Erklärung war halt! Das ist halt! Ja! Wie soll ich sagen! Das Gold sackt quasi in der Wanne ab! Und das ist nicht überall gleich viel drin! Ja! Da wäre in den letzten... Da wäre in den letzten... Da wäre eigentlich mehr drin! Weißt! Oh! Mit ihm im Stream zu diskutieren! Hast du das gesehen? Jetzt ist es weggeschossen! Ja! Jetzt habe ich es gesehen! Wo ist der jetzt hingeschossen? Da liegt der Gott sei Dank! Huch! Scheiße! Der muss schwer sein! Oder so leicht? Naja! Dass ich nicht mehr aufstehen kann zur Schweizer! Ja! Ich kann nicht mehr aufstehen! An sich ändern! Ja! Und was hat der dann bitte? Bin ja gespannt! Ja! Ja! 6,9! Komm ey! Hat sich ja vollst gelohnt! Diese Goldausbeute! Wirklich! Ja! Aber wenn man es mit Jeff irgendwie schreibt oder so... Man muss ja da immer drauf denken! Der Streams... Weiß ich nicht! Über 10 Stunden Minimum! Ja! Da kommen oft irgendwelche unnötige Fragen oder Meinungen! Und das interessanteste, was er immer gesagt hat, war eigentlich, er benutzt oder er spielt das Spiel ja ganz anders! Und das ist ja richtig! Wenn du das programmierst, dann benutzt du die Sachen auch anders! Und da kommst du viele Sachen gar nicht drauf, was da ein Problem sein könnte! Ja! Wie zum Beispiel mit dem Bagger zum Beispiel! Ja, das war ja... Ja, aber das ist doch lächerlich mit dem Goldausbeute! Das ist ein Witz! Da kann er mir erzählen, was er will! Das ist einfach... Ist richtig, ja! Aber was soll er im Stream sagen? So soll er sagen, ja, habt's recht! Zu jeder Sache, die nicht funktioniert, kann er ja auch nicht machen! Muss man auch dazu sagen! Ah! Da wird man... Nein, Gott, das ist das Drecks-Thor wieder zu! Das... Das ist das Tor... Nein! Oh Gott! Was ist jetzt? Wie ging das... Wie ging das... Wie ging das weg da? Hä? Das... Keine Ahnung, ich kann nicht mehr laufen! Also... Äh... Warte mal kurz... Äh... N oder B oder so... Das ist die... Charakter-Auswahl, ist das? Also die Charakter-Umstellung! Ja, aber... Druck einfach auf Close... Links! Mit der Maus! Geht nicht, gar nicht! Kann sich anwählen! Ah, was ist denn das für eine Tasten? Oh Mann... Ein bisschen jetzt Lügen! Irgendwas in der unteren Reihe! Ja, 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 ich hab schon alle gedrückt! Y, X, B, V. Was ist denn in das Video eigentlich wieder? Ja, ja, jetzt läuft. Bin ich wieder klein? G vielleicht. Probier mal G. G für Gönnen. G. G für Gönnen. G für geht nicht. Geht nicht, genau. Ach, das ist... Ich verkaufe es dem... Drück einmal H. H. H, H. Hupe. H wie Hupe. Du hast ein Raid mit drei Personen. Danke, danke. Barbie, servus. Raid mit drei Personen. Vielen Dank. Oh, ich sehe nichts. Du fahrst da hinten hin. Äh, der Cleaner, der war ja echt, ey. Also, beim ersten war ich echt glücklich mit dem 35, aber dann, was dann kam, ist ja echt ein Witz gewesen, ey. Ich kann mich vage erinnern, dass du nicht glücklich warst mit deinen 35. Doch. Weil sie in der Waage gepackt sind. Deswegen kannst du dich vage erinnern, oder? Ja, ich kann mich vage erinnern. Das ist doch was wahr. Ja, aber die 1,9, weißt du, erst 35, dann 1,9, dann 0,9, ey. Das. Da, du Schwammerkopf, kriegst da ein bisschen was. Da, 32, das war der Beste. Was gibt's dafür? 60.000, ja, ist ja in Ordnung. Das ist nicht mal der Bagger, der verpackt ist und einfach weg ist. Na, aber die Waschanlage kostet, glaub ich, schon. Ja, die Waschanlage ist ja in 69 kostet, glaub ich. Da, mit deinem Loch im Hemd, ne. Der Mal das hat er gefixt, das Loch, jeder hat ein Loch im Hemd, egal wer kommt. Er fängt schwach an, weißt du, er fängt schwach an und lässt stark nachgehen. 6,9 Unsen. Ja, aber 35 war jetzt nicht so schlecht, also. Ja, aber der Rest halt dann, weißt du. Dann brauchst du. Insgesamt hast du fast 40 Unsen. Ja, weil du dabei warst. Na, aus der großen Waschanlage, ne. Ungefähr. Ja, 40 knapp. Schau mal, 0,9. Das ist so zins. Vielleicht ist das nicht mehr tief, warst du? Bin voll tief reingegangen. Ja, aber da geht's ja noch einiges runter. Die Orner 20, 40, ja, 100.000 waren's. Wir kriegen jetzt das blöde Auge-Mund-Nase weg, ey. Das ist... Was? Bloße Maschenlage. Wie geht denn das weg? Die Maschenlage kostet jetzt 9, doch das K. Hast du denn dann 69 gekauft? 69, oder? Ich weiß nicht, du hast es gekauft. Warte. Schau mal, dann sehen wir's schon, dass der Franzl sagt, ey. Wie geht denn dieses Drecksding weg? Voreinstellung. Ich schweih mal ab, damit die Kohle nicht verschwindet, so. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao. Ein Stundenvideo, ey.